Nächste Springerin im Team, die Vize-Weltmeisterin, Simone Amanar. Auch sie also eine Expertin an diesem Gerät und dabei Punkte fürs Team zu sammeln. Perfekt zum Stand. Ihr erster Versuch. Einmal der Anlauf, Rondart. Dann eineinhalb Breitenachsendrehungen verbunden mit eineinhalb Schraube zum sicheren Stand. Da wird sie Punkte sammeln, das ist sicher. Simone Amanar, 9,775. Das ist eine sehr hohe Note für ihren ersten Sprung. Der zweite war ebenso erfolgreich und damit Rumänien ein ganz, ganz heißer Anwärter auf diesen Mannschaftstitel.